Jetzt warten wir nur noch auf CentOS. Jetzt machen wir noch ein paar kleine Quests und dann gucken wir, was wir noch fertig machen können. Das war so schön für Scheiße. Nix, hast du alles gehört? Nö. Oh, schade. Dann musst du jetzt gucken, auf welche Aufnahmezeit wir sind. Ich habe keine Lust. Jaja, und nachher guckst du es noch an? 11 Minuten. Ach, guck mal, dass ich es sogar gemerkt. So. So. Das. Gehen wir schnell nach unten. Flavius kann da hin. Hatte ich jetzt den Hebel hier vergessen, ne? Tatarit. Da hin. Und ich darf nochmal ins End rein. Das ist die End. So, rein damit einfach. Fleisch. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Ich hatte vorher Fleisch. Nam 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 nam. Hat es gemacht. Ja. Und Röpsen. Nein. Ja. Alter, was geht denn jetzt draus? Aber wir reinigen jetzt die Gullis da oder wat? Klar. Mag dich ja nicht. Naja, die mögen mich ja wirklich nicht. Nein. Okay. Ach, halt's Maui Gas. Schatz. Das ist die letzten. Das ist die letzten. Na, bei den letzten. Knack. Tschüss Gast. Das sind die letzten? Na, bei den letzten. Okay, tschüss Gast. wir brauchen immer der christ 9 musst du nicht wieder die ende heißt mit die nicht verschwinden war die christine zu 2 4 6 8 und 10 und aus hier ja das bist du hast du eine frage wobei ein kopernickel so indium da können wir auch gleich einen block draus machen komm schmeiß mal schneller schneller habe ich gesagt ok das steht auf jeden fall auch nicht hier das wäre irgendwie willkommen indium aber ich glaube auch nicht da hast du die ganze wiki also die offizielle wiki dafür ne und keiner weiß wie man das hergestellt das zeug welches zeug was ich für manche questen brauche achso ne hab ich nicht drin ok ja ich muss das andere gleich nochmal machen neon aber auch noch nicht aber neon und krypton kann ich alter warum findet man sowas nicht zack 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 wie man das herstellt keine ahnung bist du hoch ne doch den was unter hab ich ja päckchen ist vor eingeguckt kata 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 ey öh ja päckchen ist vor eingeguckt ok was ist drin ich zurück ich sagen hier was ist das besser konnte man das nicht transportieren nein bei den sowieso nicht und machen wir das nämlich auch wieder so kann ich kombinieren mit ein legendary bag was haben wir denn drin vier storage upgrades mal 234 und zwei mal 81 der könne wieder nach draußen mal davon haben wir keine upgrade wahrscheinlich aber keine upgrade fusion star fusion star 1 2 noch drei wolle sorten und einmal zum ein stick ein stick nicht ein stick dann machst du gerade dann rein deine oma sondern noch das ganze kabel kompast und dort haben wir denn nach irgendwo eine ebene mit ganz viel dort gehe ich eine runde puddeln oder so ist das fertig ist ich habe also wir haben die ente nach haben wir nicht biosphäre oder so war das mein dass die leute mein dass die leute dass der sand was haben wir denn haben wir noch flash ja mal kurz ein system gucken was da drin ist jetzt ja was da drin genug keine ahnung was irgendwas ist noch viel zeit und dann muss alle festplatten deswegen immer muss gucken wo was drauf ist meist sind hier die sind doch noch voll hier alle welche da kommen wir jetzt was drinnen noch wenn ich mal rausgenommen sagen wir mal dass irgendwas hinten irgendwo drin ist ja hier ist eine 1k drin mit was drin hier ist eine 1k was mit was drunter hier ist was drinnen da ist was drinnen hier ist was drinnen das ist doch was drinnen system ja ist das was drinnen system ja dass sie sich immer so komisch verteilen müssen ja wenn man nicht alles jetzt ist es leer warte mal ach so da bist du mir das dickste da so 32k slime bälle ok oh gut was ist das für eine ja dann tu die 4k da rein durch hier unten die 64k rein und hier durch die 1k rein mit hey was machst du da bist du blöd warum ja weil ich hier noch welche hab ja tu die doch da drunter aber nicht so schnell nicht so schnell sonst tu ich gleich wieder alle raus hier oh egal wenigstens ist man in dem Tal jetzt wieder leer ja toll und ich muss hier wieder alles umsortieren ja normalerweise hätt man eigentlich erstmal raus tun müssen und wenn kein platz mehr ist dann ist kein platz mehr drunter hm naja ich hab jetzt noch welche aber die tu ich jetzt hier rein und das eine ist jetzt nur noch kabel kompest und so ein bisschen klein zeug was kriegen wir denn da raus ein reward pack ja toll wieder was für eins das ist wirklich hier so ist da reingesteckt ja klar klar fauler sack nee wir können sowieso schon voll unsortiert hin also wir haben nur noch platz für drei disketten also merkst du was merkst du was irgendwann passt schon nicht du bist behindert du bist behindert du bist behindert oh denn 2 4 6 8 ach wo wollte ich dann gucken wir viel Zeug hin oder ok alles rausgenommen vier 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 holz mit holz nein weizen weizen muss ich dir jetzt noch herstellen ist ja nicht was wird das so durch sie meinen dinge machen oder haben wir die auch schnell dies auch schon ne ne die fehlt auch noch transfernode aua oh jetzt ab, geh weg da hey du spacken hast du gerade schneebälle gefressen mach mal f5 mach mal f5 nein mach mal f5 du hast n tittenfisch auf dem korb schnell was hast du gerade hat das n tittenfisch auf dem korb ha 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 oh zento ist ich bin so behindert neee das würde ich jetzt nicht so ganz sagen oh mein Bart juckt keine ahnung, das ist irgendwie angezeigt wie das germanium german kann der kann der euch aber